ja ganz herzliches hallo von mir hier jetzt gerade live die ersten sind schon in der gruppe drin und ich wollte euch ganz herzlich willkommen heißen mache mir gerade mal die kommentare auf dass ich die auch sehen kann wir starten morgen um 13 uhr das heißt die ersten sind schon da und dein job ist jetzt erst mal einfach nur anzukommen und gucken dass du dich vielleicht ein bisschen mit der technik orientiert wenn du facebook noch nicht so lange nutzt oder einfach nur hier bis wegen dem workshop dieser facebook raum ist dieser wo man am für mich am allerkürzten so ein workshop durchführen kann und deswegen sage ich dir gerade ein bisschen was zur orga bedeutet du gehst jetzt in die einstellungen und stellst alle benachrichtigungen auf alle automatisch stehen sie auf highlight und du stellst sie auf alle ich poste noch ein bild könnt ihr euch direkt durchhangen das zweite ist wenn du unter den gruppenbild bist siehst du info guide über die info guides werden wir tag für tag für tag dort durchgehen das heißt du kannst auch direkt über die info guides gehen und einfach wenn du ein bisschen hinterher hängst kannst du immer so fertig machen und den rest kriegst du mit jetzt kommst du erst mal an ich freue mich ganz doll dass du da bist wenn wir noch nicht auf facebook vernetzt sind stell mir bitte eine freundschaftsanfrage oder connecte dich einfach mit mir mit dem messenger dann sehe ich das auch weil freundschaftsanfrage ich habe da so viele nicht angenommen besser ist einfach über den messenger so dass wir auch noch direkt außerhalb des workshops kommunizieren können wenn du das möchtest aber jetzt erst mal ankommen und ich kriege ich noch oder besser gesagt ihr habt ja schon über die mail einen fragebogen bekommen wo du mir ein bisschen sagst was deine erwartungen sind von dem workshop für den workshop dann weiß ich noch mehr in welche themen wir reingehen dieser workshop wird sehr sehr interaktiv sein das heißt ich habe natürlich für jeden tag ein thema aber ich bin auch bereit alles umzuschmeißen wenn ich merke es wird was anderes gebraucht also füll bitte dieses formular aus dann weiß ich wo du stehst was du brauchst wir sehen uns immer um 13 uhr und eventuell auch noch zu anderen zeiten auch das wird die energie der gruppe ergeben was ich in diesem workshop möchte ist dass du nicht dein kopf fütterst ihr habt alle genug in euch ihr braucht null mehr von außen wir werden mit fragen eine ebene tiefer gehen ich werde die viele viele fragen stellen damit du klarheit bekommst ich werde viele viele dinge in die anschütteln damit du klarheit bekommst und ist eine ebene tiefer rutscht weil wissen wissen wir auch nutzt dir gar nicht nur angewandtes wissen wird weisheit und das ist das was ich für dich möchte für dein business weil das aktiviert dein geldfluss wir gehen jeden tag einen tool durch schmeißt dich rein hab spaß das ist die hauptsache du hast spaß vernetzt euch verxingelt euch wie auch immer aber als erstes heißt es jetzt neben dem fragebogen dich vorzustellen wer bist du wo kommst du her was ist dein business gerne mit links gerne mit homepage bei mir ist auch vernetzung ausdrücklich gewünscht und das heißt stell dich vor diese challenge wenn dir das schwer fällt dann oute dich bitte auch gleich und sage okay es fällt mir schwer mich vorzustellen ich danke für diesen raum das ist eine gruppe die für dich ist wir wollen uns gegenseitig weiterbringen nutzt den raum stell dich vor überlass deine komfortzone und dann wird wachstum passieren also wir sehen uns morgen um 13 uhr und ich freue mich jetzt schon mal auf eure vorstellung vielen 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 dank bis dahin so jetzt muss ich nur gucken wie ich aus diesem live wieder rauskomme bis morgen bis morgen